abonniere jetzt den kanal sofort und den kanal ist kostenlos und langsam werde ich mich verrückt ich bin verrückt jetzt also also ich denke wenn es weiter geht mache ich nicht mehr video so es wird so scheisse heute habe ich will heute habe ich fifa gestreamt und habe ich möchte hochladen und das geht nicht konto bestätigt ja ich kann nicht games hochladen obwohl ich schon fifa geht nicht mehr hochladen und dann sobald ich will hochladen geht nicht fort man geht nicht also fort man geht nicht ich habe auch sehr abgemeldet aus versehen und ich weiß den passwort nicht ist es nicht mein das ist nicht mein account ist meine schwester account und ja und ich werde sagen fort man videos kommt momentan also fort man videos kommen kommt momentan nicht und fifa wobei habe ich heute angefangen und habe ich will hochladen aber es geht nicht und dann fängt wieder bei fifa an wenn es nicht fort man geht und mache ich mal bei fifa aber das ist geht auch nicht also leute ich weiß nicht das ist was ist problem und wenn es weiter macht dann vielleicht ich mache ich mal den kanal mal zu pausieren videos und das regt mich auf und ich ich könnte schon am titel lesen fort man und fifa verrückt und ja es macht einfach keinen spaß und dann es ist also momentan finde ich schon ein bisschen komisch und dann nicht mehr fifa video und das ist ein bisschen komisch und ja ich finde es auch komisch aber leute ich kann nix dran machen wenn ihr bockt habt fifa und fortnite so dass wir hier zu sehen haben aber es ist nicht mein schuld sondern das ist wirklich den youtube schuld weil ich mache ich möchte youtube ich möchte fifa hochladen aber es geht nicht zum fünften mal und bei fortnite zum zweiten mal und das regt mich auf und ich würde mir sagen ihr habt ja ich habe euch nicht zu spaß aber trotzdem ihr müsst den kanal trotzdem glocke aktivieren und kostenlos und vergesst nicht zu liken und vergesst nicht zum daumen hoch und schreibt in die kommentare was sind video soll ich noch machen und ja wo werden wir bis und wir sehen uns vielleicht zum nächsten mal und machen zu können oder von anderen videos machen oder schreibt mal in die kommentare was für video soll ich noch machen ob ich ob ich mal wieder mal fußballchallenge mache dann schreibt in die kommentare soll ich noch mal fußballchallenge machen mit wem und mit wie viele personen und wenn der koronavirus vorbei ist aber das weiß man noch nicht ob koronavirus vorbei ist wenn koronavirus vorbei ist dann machen wir challenge wieder aber bis jetzt weiß man noch nicht und ich würde mir sagen liken und dann hoch und klack aktivieren und wollen wir mal wieder